Ich hab dich rufen hören. Ja, ich hab auch gerufen. Ich danke Mutter Natur, dass sie an meiner Stimme nicht gespart hat. Wie bei einigen anderen, die ich kenne. Weißt du, einer von uns, Egil, ist plötzlich stumm geworden. Keine Zauber und Tränke helfen ihm. Aber starke Gefühle und Erlebnisse können die Stimme wiederherstellen. Ich dachte, dass du vielleicht... Ich bezahle dich natürlich. Du kriegst eine exzellente Quintkarte. Das muss dann aber schon Triss Merigold sein, weil die fehlt mir noch. Was soll ich denn genau tun? Das klingt eigentlich nicht nach einer Hexenaufgabe, aber es... Naja. Ich könnte es versuchen, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Du willst, dass ich ihn erschrecke? Ja, gut, gut. Das müsste es sein. Erschrecken, irritieren, was auch immer. Aber du darfst ihm nichts antun. Gewöhnlich hält sich Egil bei der heiligen Eiche auf. Der Arme betet wohl stumm um Heilung. Verstehe. Schocktherapie. Nun gut, dann wollen wir uns den armen, hilflosen Druiden... ...dann wohl mal annehmen. So, wo ist die Eiche? Ist das die einsame Eiche? Die große Eiche? Hat er einsame Eiche oder große Eiche gesagt? Egil! Egil! Ich habe bisher noch keinen Druiden gesehen, der stumm ist. Ich habe Druiden gesehen, die... ... Ich habe Druiden gesehen, die im Kreis laufen, aber eigentlich reden sie alle fünf Sekunden in irgendeinem Scheiß. Das ist eine Eiche. Das ist doch auch eine Eiche. Das ist eine Eiche. Das ist eine Eiche. Das sind alles dieselben Eichen. Das sind Eichen. Das sind Eichen. Er hat gesagt, bei den Eichen. Hat er gesagt, bei den Eichen? Nee, ich meine, er hat gesagt, bei der alten Eiche oder bei der einsamen Eiche oder bei der großen Eiche. Irgendwie sowas. Zinntöpfe. Damit lässt sich viel Lärm machen. Vielleicht sollte ich sie gegeneinander schlagen, wenn er schläft. Vielleicht sagt er was, wenn ich sein Feuer lösche. Sein Feuer ist aus, Geralt. Wollen wir doch erst mal mit ihm reden, oder? Bist du der stumme Druide? Oh ja, dummfrage. Könnte wenigstens nicken. Wann hast du deine Stimme verloren? Kannst du mir das zeigen? Mit den Fingern? Wie charmant. Haben sie versucht, dich auf eine andere Weise zu heilen? Mit Tränken oder Kräutern? Nicht nur stumm. Er scheint auch noch taub zu sein. Ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Mudron, ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Aber sein Feuer ist aus. Mudron, ich flehe dich an. Nimm diesen nervtötenden Husten von mir. Ich hab's verstanden. Du siehst nicht gut aus. Geh weg. Ich will das nicht mehr hören. Mein Gott, ey. Puderan, ich flehe dich an. Bitte. Oder er hat ja nicht geschlafen. Na ja. Hm. Mit Reden kommen wir hier nicht weiter. Bestand. Mit Reden komme ich hier nicht weiter. Aber. Probieren wir einfach das aus. Dieses Ziel kannst du nicht angreifen. Ich will's nicht angreifen. Ich will ihn verzaubern. Also warte nur bis Nacht. Damit er pennen geht. Ja, Beth ruhigt nur den Schnee an. Aber du sollst schlafen gehen. Ja. Ein Hornissen-Nest soll therapeutische Wirkung haben. Als Schock-Therapie zum Beispiel. Da muss ich mich aber vorher schützen. Das geht so nicht. Hat ja nicht funktioniert. Er ist echt nett. Aber warum sollte ihn das heilen, wenn nicht das Feuer ausmacht? Das macht gar keinen Sinn. Ah, er kann seufzen. Dein Feuer ist aus, Junge. Es ist aus. Da kann man sich nicht wärmen. Psychdum. Okay, ich mach's dir wieder an. Ich will nicht mit ihm reden. Ich muss eigentlich die Musik her. Ich vermisse die irgendwie. Die ganze Zeit kommt hier keine Musik. Sehr komisch. Ah, er geht ja nicht schlafen. Endlich. So viel Art. Habe ich noch keine einzigen Quest verwendet. Was ist das? Ich kann sie nicht angreifen. Ich will's nicht angreifen. Verpiss dich endlich, du. Oh nein. Ich, mein Schweigegelübde. Alles umsonst. Drei Jahre. Drei Jahre lang. Kein einziges Wort. Keinen Piep. Bis heute. Du hast mich dazu gebracht, mein Gelübde zu brechen. Zufrieden? Irgendwie schon, ja. Ich hab's doch nur gut gemeint. Tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Oh, tut mir leid. Ich bin reingelegt worden. Ich dachte... Buhuhuhu. Mein tiefstes Mitleid. Jetzt geh mir aus den Augen, du Idiot. Dafür hat er drei Jahre lang nicht gesprochen. Da hat er eine ziemlich kräftige Stimme. So, wo ist der Arsch? Wenn das jetzt nicht Triss Merigold ist. Die ich da bekomme. Kann mir nicht sauer. Schweigsamer Druide. Ich bin nicht ein Schweigsamer Druide. Gelobt sei der Tag des Arges. Egen will dir was sagen. Ja, dass du ein gemeiner und fieser alter Hund. Hä? Ich hab ihn bis hier drüben klar und deutlich gehört. Gute Arbeit, Hexer. Deine Belohnung. Wie versprochen. Hey, Musik. Da ist sie wieder. Ich merke es nicht, wenn ich zum Narren gehalten werde. Ich hätte nie gedacht, dass ein Druide einen solchen Humor haben könnte. Es war ja harmlos. Sieh eine an. Ein Bart bis zur Taille. Und den Humor eines Kleinkinds. Viel Glück. Legenden will nicht. Ich hatte nie einen Mann. Sollte ich immer zum Plaudern zu Gremis gehen? Ja, recht. Iorved. Äh, natürlich. Ein Druide gibt mir Iorved. Den blöden Anführer, der irgendwie verschwunden ist. Also den Anführer der Skoyatelle, der irgendwie verschwunden ist. Ich hab noch mal nachgedacht. Äh, nachgesehen. Tatsächlich. Und, ähm, das Lied, das gesungen wird, auf Skellige, dem Lied, die Felder von Art Skellig, das glaube ich, das hier ist das gerade wohl. Ähm, oder zumindest eine Variation davon. Ist, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil es da verschiedene Quellen gab, die Verschiedenes angegeben haben. Manche haben gesagt, das ist tatsächlich polnisch. Andere haben gesagt, nee, nee, das ist auf keinen Fall polnisch. Das ist rumänisch. Aber ich glaube, es ist, ich glaube, der Sounddesign, also ich hab ja meine Doku über das Sounddesign von Wischerei gesehen. Und ich mein, da hätten sie auch gesagt, das wäre nicht polnisch, was da gesungen wird. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, es ist rumänisch. Handelt das Lied von einer Frau, die auf das Meer hinausblickt und auf ihren Ehemann wartet. Das war es. Es war nicht ein Hochzeitslied, es war auch nicht das Lied von irgendeiner Witwe, sondern es war eine Frau, die auf das Meer hinausblickt und auf ihren fischenden Ehemann hinaus wartet. Das Sägewerk sieht verlassen aus. Verlassen, das Sägewerk. Ich glaube, es war sogar so, dass es eigentlich kein rumänisches Lied ist, aber sie haben den Text irgendwie auf rumänisch gemacht. Ich weiß auch nicht genau, warum. Ich glaube, weil die Gruppe, die sie angehört haben, rumänisch ist. Ey, ich hab keine Ahnung mehr. Notizen eines Sägemüllers. Die Druiden sind auf dem Kriegspfad. Nach ihren Worten folgen nun Taten. Jeden Morgen, wenn wir zur Mühle kommen, finden wir mehr beschädigte und zerstörte Ausrüstungsgegenstände. Letzte Nacht hat jemand eine Axt in Wilds Tür geschmissen. Die Leute haben Angst. Ich werde letztes Mal mit den Druiden sprechen. Das muss ein Ende haben. Hä? Ich weiß gar nicht, ob es solche kleinen Fakten interessieren. Ich finde das immer sehr witzig. Weil ich mich schon immer gefragt habe, was wurde da eigentlich gesucht. Der Brief eines Holzfellers an seine Frau. Ich weiß nicht, wie lange ich hier bleibe. Bis jetzt war die Arbeit zwar hart, aber das Auskommen war anständig. Ach, das Auskommen, ja. In letzter Zeit fürchte ich jedoch um mein Leben. Irgendetwas spukt hier des Nachts. Es brüllt und jault. Wir halten es nicht mehr aus. Und ständig heulen hier die Wölfe. Gestern Nacht ging Seamund austreten und ist nichts zurückgekehrt. Wir haben weder seine Leiche noch Spuren gefunden. Wer weiß, vielleicht ist er fortgelaufen. Lieber das, als dass ihm ein Unglück widerfahren lässt. Um in ehrlich zu sein, ich denke selbst immer öfter daran, von hier zu verschwinden und zu dir und dem Kleinen zurückzukehren. Ich bin kein Idiot. Vielleicht kann ich einen anderen Beruf finden und wir kommen irgendwie über die Runden. Verschwindekrähe. Oh, ne. Dass hier immer mehr Krähen auftauchen, gefällt mir gar nicht. Das weist nur auf eines hin. Ja, hier ist ein Sägewerk, das verlassen ist. Was machen Holzfäller? Sie stören die Natur. Was macht die Natur? Beziehungsweise, was macht der Wald? Beziehungsweise, nicht der Wald an sich, sondern die Bewohner des Waldes. Ja, sie rächen sich. Welches Monster kennen wir, das es nicht mag, gestört zu werden und im Wald lebt und etwas mit Krähen zu tun hat? Hm. Ja. Da muss man schon ein Füchslein sein, beziehungsweise ein Wolf, um da die Verbindung sofort zu erkennen. Eigentlich nicht. Ist eigentlich relativ offensichtlich. Also, ich untersuche das hier mal weiter. Wie feines Druiden? Ihr müsst verrückt sein, wenn ihr glaubt, dass diese Angriffe und Unfälle unser Werk sind. Kein Druide hat jede Hand gegen euch erhoben und niemand von uns will euch Übles. Unsere Berufung besteht in der Sorge um die Natur, aber nicht auf Kosten von Menschenleben. Menschen sind schließlich ebenfalls Teil der Natur. Richtig. Verdammt richtig. Es ist uns nicht gestattet, ihnen absichtlich zu schaden. Achtet jedoch, dass sie natürlich ihre eigenen Gesetze hat. Wenn sie euch wissen lässt, dass ihr hier nicht willkommen seid, dann wäre es weise von euch, eure Holzhälerei zu beenden und zu eurem Besten und zum Besten des Weisen Waldes. Äh, ja. Komischer Baum. Eine altverlassene Sägelmühle ohne Leichen. Na gut, stand ja auch im Brief. Keine Leichen. Kohle. Wie ging das? Kohle, Kohle, Kohle? Ah, Leichenknochen. Mehr ist von den Holzfällern wohl nicht übrig. Hallo. Wer hätte das denn gedacht? So, was war nochmal? Äh, war das Okroid? Nein. War das Konstrukt? Nein. War das Hybrid? Nein. Auf keinen Fall. War es ein verfluchtes Wesen? Oder ein Relikt? Nein. Okroid. Nein. Nikophagen. Konstrukte. Da war ich schon mal. Ich drehe mich im Kreis. Ist das ein Geist? Nee, auch nicht. Ist das ein verfluchtes Wesen? Nee, auch nicht. Ein Vampir? Nein. Ich habe gar kein Bestiariumseintag über die, oder? Ich habe gerade gedacht, hä, das ist doch kein Kobold gewesen, ist ein Doppler. Da habe ich die Beschreibung gelesen. Das war der Doppler. Abaya. Hm, du Liebliche. Konstrukte? Nein. Insektuiden? Auch nicht, ne? Hybriden? Nein, das kann ja auch nicht sein. Geister? Auch nicht. Draconiden? Auch nicht. Bestien? Ist es eine Bestie? Nein, es kann keine Bestie sein. Es muss... Es muss ein Relikt sein. Es muss ein Relikt sein. So wie ein Silvane oder sowas. Weil unter was anderes passt es nicht. Also... Äh, Reliktöl. Ich finde das auch so lächerlich, dass ich das jetzt einfach so auftragen kann. Das wäre etwas, das würde ich mir auch wünschen, wenn es ein Hardcore-Schwähigkeitsgrad gäbe. Dass man das nicht einfach so machen kann. Mikrophagenöl... Hab ich gar kein Reliktöl? Kann das... Ich hab kein Reliktöl. Das kann doch nicht sein, oder? Ne, ich hab kein Reliktöl. Alles klar. Na ja. Dann wollen wir mal. Waldschadler. 24. Ach, das wird schön. Ey, der hält sich ja gar nichts aus, ne? Ja, die haben dich noch gelootet bevor du verschwunden bist. Er schwindet! Euer Herr ist tot! Verdammt, ich wollte abmachen. Jetzt darf ich ein Bestialium sein. Es ist ein Relikt, ich wusste es auch. Waldschrate. In diesem Wald jagen wir nicht. Nie. Auch wenn das ganze Dorf hungern muss. Mullywar, Dorf will das da von Horschberg in Unterädern. Waldschrate leben in dichten und urwüchsigen Wäldern. Sie sind sehr auf ihr Revier fixiert und Heimlichkeit und List sind ihrer einzigen Jagdgefährten. Sie nutzen ihre angeborene Magie, um die Pflanzen und Tiere in ihrem Revier zu beeinflussen. Und wenn sie den Tieren auflauern, müssen sie nur nahe genug an sich herankommen, um zuschlagen zu können. Waldschrate, die alt genug sind, um die Bezeichnung Steinall zu verdienen, verfügen über besondere Fähigkeiten und Taktiken, die sie höchst gefährlich machen. Die Meritiumbombe, klar gegen die Magie. Reliktöl und Igni, weil sie aus Holz bestehen. Ich habe kein Reliktöl. Alter, wenn du lade, ne? Ich habe kein Reliktöl. Genius absurd. Höhe die Resistenz des Hexers gegenüber kritischen Effekten, die im Kampf bewirkt werden, die Betätigkeit zu beeinträchtigen. Es erscheint mir schwachseidig, aber ich mache es trotzdem. Ich hole es mir einfach trotzdem. Wasserweib, Wasserweib absolut. Bei maximaler Vitalität wird der bewirkte Schaden erhöht. Das heißt, solange ich nicht getroffen werde, theoretisch, worin ich mein Meister war, ob man es glaubt oder nicht. Ich war tatsächlich mein Meister darin, nicht getroffen zu werden. Aber es ist ja auch immer schwerer, Offscreen selber zu spielen oder in einem Let's Play, wo man gleichzeitig reden muss. So, ich mache mal ein paar echemistische Zutaten, finde ich. Auch wenn das sehr lange dauert. Was mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Reliktöl. Ich habe echt kein Reliktöl. Ich brauche ein Mistelzweig. Alles klar. Ja, das wäre das verlassene Sägewerk. Also, ich würde ja jetzt fast schon sagen, die Holzfäller könnten zurückkommen. Aber ist ja vielleicht gar nicht gut, weil dann kommt der nächste Beispiele. Äh, wo war Plätze? Nein. Ah. Lauf, Plätze! Hä? Wieso sind da Tote? Ah! Ähm, tschüss. Das waren drei Tote Hasen, nehme ich an. Oh, ich treffe Yennefer auf Windows-Fial. Nein. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und zwar die Alchemisten-Kuhfung. Vorher will ich mir hier aber noch mal ein bisschen umsehen hier, weil hier ein Fragezeichen entnehmen war. Ich glaube, ich reiche falsch. Weiter so, Plätze. Das wäre ja der Grabspinner, oder? Ach, ne, Level 11. Ja, gut. Das geht in Ordnung. Habe ich schon mal gesagt, umso größer der Feind in Witcher, umso einfacher ist, er zu besinnen. Ja, ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Oh, ich wurde getroffen. Alles nochmal machen. Was? Mein Gwen geht nicht sofort kaputt, wenn die mich angreifen? Zauberei. Wahrscheinlich weiß ich, wie ich werhebste. Äh, was machen die mit meiner Plötze? Hallo? Lassen Sie das! Aber hat ja funktioniert. Ich wollte es ja eigentlich verbrennen. Das ist auch eine. Ist das hier eine Kolonie, oder wo ist euer Nest? Ist das hier eine Kolonie, oder seid ihr auf Patrouille? Juhu, Friedenrauben. Brauche ich die? Ich weiß es nicht. Wir sind nämlich schon wieder im selben Team. Das ist aber die ganze Zeit irgendwie scheiße. Und ich brauche es nicht. Es sind noch mehr. Was ist denn das für ein Wald? Die haben viel zu wenig Mutagene. Apropos Mutagene, habe ich das schon mal erzählt, dass man in einem der Add-ons, ja ich sag nicht in welchen, Ziemlich am Ende etwas bekommt, mit dem man Mutagene von Monstern extravieren kann, also von jedem Monster. Und dass das ziemlicher Schwachsinn ist, wenn man das erst am Ende bekommt, das ist wie, oh du hast die beste Rüstung im Spiel bekommen, nachdem du das Spiel durchgespielt hast. Was machst du jetzt damit? Ja, keine Ahnung. Klar, es gibt bei Witcher New Game Plus, aber stell dir mal vor, du machst New Game Plus, wo ist mir das passiert? Ich habe New Game Plus gemacht, nachdem ich Witcher 3 durchgespielt habe. Habe es dann in New Game Plus durchgespielt, dann kamen die Add-ons raus. Habe dann die Add-ons mit dem New Game Plus Spielstand durchgespielt. Habe dann dieses Ding bekommen, mit dem ich Mutagene extrahieren kann von jedem Monster, weil es in einem Spiel viel zu wenig gibt. Anstatt einfach die Mutagene-Drop-Rate zu erhöhen mit einem Patch, weißt du, geben sie dir ein komisches Gerät am Ende. Also ohne zu spoilern oder so. Es ist nur, es ist nur ein absoluter Schwachsinn. Oder kannst du damit nichts machen, weil du kannst kein New Game Plus mit dem New Game Plus Spielstand machen. Dann kannst du es mit dem selben Spielstand nicht nochmal machen, sondern musst komplett von Null anfangen. Es ist so, es ist so doof. So, ich habe gerade etwas aufgehoben. Und zwar... Fähigkeitsort, genau das war es. Fähigkeitspunkt. Hä, ich habe... Hallo? Ach, ich habe den schon, oder was? Ich hatte ihn schon, alles klar. Es ist mir neu, dass ich mit dem interagiert habe. Das ist mir jetzt echt neu. Ich muss gucken, ob hier dieser Druide, dieser Kräuterhändler... Mach mal auf. Hallo? Entschuldigen Sie? Gelobt sei der Tag des Arktes. Als gelobt sei der Tag des Arktes, was? Das ist ein süsschen Hirsch. Normadischer Monster und Bestientöter. Da rennt der Hirsch weg. Er mag keine aggressiven Worte. Niemanden vom Kontinent mehr gesehen. Gibt es eigentlich auch Skelliger Hexen? Eine Hexerschule auf Skelligl? Wahrscheinlich nicht. Ich meine, wenn eine Hexerschule überlebt hätte... Die sind ja alle zerstört worden. Ich glaube, Keir Mohamed war die letzte. Und die ist ja nicht... Das ist ja nicht... Die zerstört sind einfach nur verlassen. Weil es einfach keine Hexer mehr gibt. Weil... Ich glaube, sie sich dagegen entschieden haben, weitere Hexer zu machen. Ähm... Was mach ich hier? Ja, das ist eine gute Frage. Ich wollte die Quest wieder aktivieren. Ich streife hier nur so ein bisschen rum. Es ist bei... Es ist bei... Bei Skelligl ganz schön bei mir. Ich habe ja schon mal gesagt, dass Skelligl mein absolutes Lieblings... Äh... Königreich ist, sage ich jetzt mal. Aber... Da ich das so sehr mag... Stromer ich einfach so ein bisschen rum. Ich verliere ganz schnell aus dem Auge, was ich gerade machen wollte. Ich finde die Landschaft so wunderschön, dass ich einfach sage... Okay, ich gehe jetzt mal da lang. Oh ja, ich gehe jetzt mal da lang. Oh, guck mal, da ist Geralt von Riva. Ich töte ihn. Der weiße Wolf. Ich glaube, ich bin das erklärt. Das wären die in jedem anderen Spiel als Witcher noch witziger gewesen. Alter, wie viele weiße Wolf gekriegt. Geralt, wir haben den Rudel entdeckt. Die sind nicht besonders erfreut, die zu sehen. Wir haben den Rudel entdeckt. Da kann ich elesر curly después. Es es bringen wir. Wir müssen die nicht umbet 104-2014-9 någonting loslassen. Klar, der Wolf verliert die Nerven. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 muss aber auch dazu sagen dass man erst ich sag jetzt einfach mal, dass man erst ein Blatt und Wein mit dem neuen Levelsystem eingeführt wird, das kann man sagen oder irgendwas zu spoilern dass es einfach ein besseres Levelsystem gibt, ein tieferes Levelsystem, dass man da erst Mutagene braucht, was es noch fragwürdiger macht, dass man das erst am Ende bekommt, ist es eigentlich nur noch, ja hier, falls du noch irgendwelche Nebenquests hast, was du natürlich nicht hast, weil man generell eigentlich alle macht, bevor man es durchspielt, naja, lassen wir das, lassen wir das einfach sonst sind wir immer wieder beim selben Thema worüber wollte ich reden, ich habe es vergessen er ist auch nicht wichtig, wenn ich es vergessen habe, kann es nicht so wichtig gewesen sein oh, die Sonne geht langsam auf so, such mit Hilfe einer Hexer, sie sind im Wald auf den Blättern, sie wurden vor kurzem gepflippt was? ach da seh so so bla bla bla